Und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Diese Woche auf jeden Fall sehr viel kürzer als sonst, weil ich muss zugeben, ich kann mich null konzentrieren. Ich weiß nicht, ob das andere Asperger auch so haben, aber bei mir ist es so, wenn ich wegen der Sache total aufgeregt bin und nervös und mich riesig freue, oder eben auch die andere Richtung, in diesem Fall ist es jetzt mich riesig freuen, kann ich mich nicht konzentrieren. Ich kriege irgendwie gar nichts mehr auf die Reihe. Dieses Mal ist es so, dass ich total aufgeregt bin und mich total darauf freue, dass mein Bruder endlich zurückkommt und ich echt total gespannt bin. Und ich hoffe, dass es, ja, am liebsten hoffe ich, dass es morgen schon ist, aber ist jetzt halt noch ein bisschen hin. Aber ja, ich kann null denken. Also, ich bin die ganze Zeit am Überlegen, solche Sachen wie, ob er wohl gemerkt hat, dass ich ein bisschen gewachsen bin, nicht viel, aber so ein paar Zentimeter bin ich gewachsen. Und ich bin jetzt immerhin nicht mehr 1,66, sondern 1,67. Yay! Oder ob er findet, dass ich mich anders verändert habe und wenn, dann wie. Oder ob er sich verändert hat. Und das sind alle solche Sachen, wo ich total gespannt bin und ich am liebsten platzen würde vor Spannung, weil immerhin ist er jetzt gerade die Person, die mich am längsten nicht gesehen hat. Und die auch nicht wirklich gerade so dabei war, als ich das mit dem YouTube begonnen habe. Obwohl er eigentlich auch einer der Gründe ist, warum ich mit YouTube angefangen habe. Weil, naja, als mein Bruder dann vor einem halben Jahr weggegangen ist, habe ich ihm, also der ist in, ja, ist jetzt egal, aber der ist auf jeden Fall vor einem halben Jahr weggegangen. Und da habe ich dann auf jeden Fall angefangen, ihm jede Woche kleine Videos auf Facebook zu drehen, was bei uns so die Woche los war. Und so habe ich so entdeckt, dass das irgendwie mir total Spaß macht, Videos zu drehen und so bin ich dann zu YouTube gekommen. Und ja, jetzt bin ich eben aufgeregt und gespannt, ob er diese Videos gut findet oder nicht und alles. Und, naja, man kann sich natürlich auch wegen allem irgendwie aufgeregt machen oder nach Schaller machen, aber so bin ich halt. Gut. Falls jemand ein Video möchte mit ein bisschen mehr Inhalt, mit ein bisschen einem Thema, nämlich dem Thema, was ich für Vorbereitungen treffe, bevor ich rausgehe, würde ich einfach das Video, ähm, das Mittwochsvideo empfehlen. Wenn euch das hier jetzt, ähm, nicht genug war, tut's mir leid. Falls es reicht, hat finde ich's gut. Hinterlasst mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und einen Daumen nach unten, wenn nicht. Ihr könnt mich auch gerne für Dinge fragen. Ähm, ich werde euch bestimmt ein bisschen mehr davon erzählen, wenn wir dann wieder nächsten Mittwoch haben. Aber heute kriege ich wahrscheinlich nicht mehr auf die Reihe als das hier. Ähm, ich kann euch jetzt noch kurz erzählen, was ich für heute plane. Ich werde nachher noch meinen Hund etwas streicheln, deswegen bin ich auch gerade bei meinem Hund. Und, ja, ich werde auf jeden Fall noch zu Abend essen. Ich habe heute Pizza gemacht, mit leckerem Belag und allem. Da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, ich werde vielleicht noch mal ein bisschen Zeit mit meinen Eltern verbringen. Und dann gucke ich mir wahrscheinlich noch eine Dokumentation über China oder über Japan an. Kommt drauf an, was ich als erstes finde. Ich möchte mich irgendwie ein bisschen mehr über diese chinesische Mauer informieren oder sowas. Ja, oder diese Ming-Soldaten, die gibt's ja auch. Wo ich echt faszinierend finde. Ähm, ja. Ich höre meinen Hund klappern, das heißt, er möchte wahrscheinlich ein bisschen Zeit mit mir verbringen. Wir sehen uns nächsten Mittwoch. Tschöö!